Was, IT-Trends? Ja, warte, lass mich den Boss noch kurz legen. Was, ein ganzer Monat? Herzlich willkommen zu den ersten IT-Trends nach meinem Urlaub. Das bedeutet, wir machen den ganzen Juni und das, was sich bisher ereignet hat in diesen IT-Trends, zumindest das Allermeiste. Mehr zu den übrigen News findet ihr am Ende des Videos. Und wir haben heute extreme Themen für euch. Einen Haufen Anonymous-News, einen Haufen Darknet-News, einen Haufen Politik-News und einige Hacks, die kurzzeitig mal das halbe Internet lahmgelegt haben, von denen ihr vielleicht auch was mitbekommen habt. Viel Spaß! Und natürlich startet ihr wie immer mit den Hacking-News, das kennt ihr ja bereits. Und wir starten mit einem relativ entspannten ersten Kapitel, und zwar den Volksbanken. Wisst ihr, wir wollen uns so steigern nach und nach, damit ihr auch wirklich die ganze Zeit dabei bleibt. Das sind ja lange IT-Trends und ich muss euch ja fesseln. Okay, was ist passiert? Nun, die Volksbanken haben einen gemeinsamen Dienstleister, der fürs Online-Banking zuständig ist. Zumindest großteils. Das ist die Fiducia. Und die haben nun erstmal auf das IT-Service-Zentrum in Karlsruhe und dann auf das IT-Service-Zentrum in Münster einen Denial-of-Service-Angriff abbekommen. Einen, der offensichtlich so stark war, dass man über 800 Banken online nicht erreichen konnte. Also das Online-Banking davon. Mittlerweile läuft wieder alles stabil. Die Frage bleibt aber natürlich, wer hat so einen gigantischen Denial-of-Service-Angriff organisiert? Also da hinten dran müssen wir uns natürlich immer wieder vorstellen, da steckt ein gigantisches Botnetz oder tatsächlich viele echte Leute, die dann darauf angreifen. Letzteres ist relativ unwahrscheinlich. Das müssten wirklich sehr viele Leute sein. Man vermutet eher ein Botnetz hinten dran. Aber derjenige, der das entweder organisiert hat, also aufgebaut hat, gekauft hat oder gemietet hat, der hat natürlich wirklich ein starkes Interesse daran, dieser Bank zu schaden oder diesen Banken zu schaden. Und da fragt man sich natürlich, wer würde wirklich Geld, also sehr viel Geld für so viel Rechenleistung dafür ausgeben, die Banken offline zu sehen? Denn es gab nicht irgendwie eine Lösegeldforderung, dass man jetzt die Banken wieder online gehen lässt, sondern ja, es war einfach weg. Da kam nicht wirklich irgendwas hinterher. Man weiß es aktuell noch nicht so genau, aber ich finde das spannend und bleibt dann natürlich auf jeden Fall für euch dran, falls sich da noch was ergeht. Das ist leider auch nicht unbedingt wahrscheinlich. Als nächstes kommen wir zur obligatorischen Update-Warnung. Also bitte updatet grundsätzlich mal alles her. Es gab für Windows was, es gab für Linux was, es gab für Apple was, es gab für quasi jeden Browser da draußen etwas, aber eine Sache sticht hier ein bisschen davor. Wir machen nachher noch ein paar andere coole Ideen und das ist Firefox. Denn der Firefox auf Android, der hatte eine relativ interessante Schwachstelle und zwar ihr kennt vielleicht diese Header, wenn ihr euch wo einloggen wollt, bei so richtig alten Webseiten. Das nennt sich HTTP Authentication Header und man konnte jetzt bei Android Firefox diesen Authentication Header spawnen lassen quasi von einer bösartigen Website und man konnte den Passwortmanager von Firefox auf Android dazu bringen, Passwörter vorzuschlagen, die eigentlich nicht von dieser Website sind, von dieser bösartigen, sondern von einer anderen. Natürlich muss man dann nochmal auf OK klicken, aber es wäre tatsächlich nicht so gut gewesen, wenn das aus Versehen jemandem passiert wäre, denn dann hätten die die Passwörter gehabt. Was ihr jetzt machen könnt, ist natürlich ganz klar updaten und wie immer könnt ihr Mehrfaktor oder Zweifaktor Authentication für alle Webseiten, die euch irgendwie wichtig sind, aktivieren. Ganz spezielle Konsorten wie Spotify haben sowas nicht, aber die allermeisten, die irgendwie einen Schutz ihrer Kunden am Herzen haben, die haben das mittlerweile und das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Dann wäre bei dem Angriff nicht mal irgendwas passiert, selbst wenn ihr den Hackern euer Passwort gebt. Ihr könnt theoretisch Passwörter in die Kommentarspalte unten reinposten und mit zwei oder mehr Faktor passiert euch überhaupt nichts. Okay, bei den nächsten News müsst ihr stark sein, denn wir hatten einen großen Ausfall des quasi relevanten Teils für Programmierer und Entwickler und das sogar über 49 Minuten. Darunter waren Amazon, Amazon Web Services, sogar Reddit war betroffen, GitHub und sogar Stack Overflow. Es waren noch einige andere Seiten betroffen, aber die meisten habe ich gerade genannt oder die für mich wichtigsten zumindest, bei denen ich es gemerkt habe. Und ja, die waren 49 Minuten down. Aber warum so viele Seiten? Was haben die miteinander zu tun? Gehört jetzt Reddit zu Amazon oder wie? Nein, natürlich nicht. Die nutzen allerdings beide ein Content Delivery Network, kurz CDN, namens Fastly CDN. Und was die machen ist im Endeffekt, sie stellen euch Server bereit, die möglichst nah an eurem tatsächlichen Standpunkt sind. Also sie haben Server Standpunkt in zum Beispiel Frankfurt, Server Standpunkt in Stadt X und Stadt Y. Ich weiß es jetzt tatsächlich nicht, wo die überall sind. Aber wenn dieses CDN offline geht, dann laden nur noch die Teile der Webseiten, die tatsächlich bei den Hostern jeweils selber liegen. Und die können halt irgendwo sein. Die müssen nicht unbedingt dann vor Ort liegen. Und die hatten jetzt leider einen Software-Bug, den sie übrigens innerhalb von einer Minute identifiziert hatten und dann innerhalb von 49 Minuten, wie schon gesagt, auch repariert hatten, beziehungsweise die Config neu geladen haben. Und mittlerweile ist alles repariert, alles läuft wieder wunderbar. Aber eben dieser Software-Bug hat dazu geführt, dass die Webseiten eben kurze Zeit lang nicht erreichbar waren. Und da können die Webseiten selbst nicht mal irgendwas dafür. Da kann auch kein Hacker oder sowas irgendwas dafür. Ich weiß nicht, warum ich das dann hier reingepackt habe. Aber es ist natürlich trotzdem ein Riesenproblem. Solche Software-Bugs können überall auftauchen. Auch bei CDNs. Und wenn die wichtigsten CDNs irgendwie angegriffen werden, weil sie zum Beispiel eine Lücke für Denial of Service oder sowas zur Verfügung stellen, dann hat man relativ schnell kein Internet mehr. Und ja, das ist definitiv nicht das, was wir wollen. Und deswegen sind das eigentlich schon ziemliche kritische Punkte, die man da eigentlich hostet. Ein weiterer Trend, der sich gerade durchsetzt bei Malware-Kampagnen, ist folgendes. Sie schicken euch gar keine Malware. Also zumindest vorerst nicht. Sie schicken euch eine Datei, zum Beispiel über Google Drive oder im Anhang einer E-Mail, die an sich harmlos ist. Die aber die Malware runterlädt von irgendwoher und dann erst ausführt. Und dann habt ihr zum Beispiel eine Ransomware auf euren Rechnern. Tja, jetzt bleibt nur noch eine Frage. Wo lädt man sie eigentlich runter? Woher kommt die Malware dann am Ende? Denn wenn ich jetzt einfach hergehen würde und ich biete mir einen Server und dort drauf ist die Malware, dann kann ganz einfach der Malware-Traffic blockiert werden. Das kann zum Beispiel dann euer Internet-Provider für euch machen. Oder eben euer System kann ganz einfach sagen, ich blackliste diese Domain. Ich blackliste diese IP-Adresse, damit nichts von dieser IP-Adresse mehr auf euren Rechner gelangen kann. So arbeiten Virenschutzsoftwares, Plural, ist irgendwie schwierig, meistens. Das Problem ist jetzt, jetzt sind die ein kleines bisschen cleverer geworden und suchen sich irgendwie Domains, die man nicht so einfach blocken kann. Das Neueste, Steam. Das ist den Leuten von G-Data aufgefallen. Und nein, das ist kein Sponsoring. Aber ich habe in Zukunft noch was mit genau dem Menschen, der das auch gefunden hat. Und zwar Carsten Hahn hat hier gesagt, das ist tatsächlich nicht in Steam irgendwie auf den Servern direkt, sondern in den Profilbildern der Leute. Profilbilder sozusagen, die die hochladen können, wie sie eben gerade wollen. Das heißt, jemand erstellt sich auf Steam ein Profil und dann, ja, hat man da einfach Malware reingeschrieben in das Bild. Das ist natürlich sehr ungünstig, denn das kann man nicht einfach blockieren. Das heißt, irgendwie euer System kann nicht einfach sagen, ey, yo, Steam-Profilbilder, die sperre ich einfach grundsätzlich. Denn die runterzuladen und bei euch irgendwie anzuschauen, das ist was völlig Normales und was wichtig für Steam. Also muss man da irgendwie was anderes finden. Wahrscheinlich wird jetzt hier Steam tatsächlich hergehen müssen und die Profilbilder neu machen müssen. Also quasi neu konvertieren müssen, damit potenzielle Malware irgendwie zu einem Fehler führt und damit die Leute die nicht als Profilbild setzen können. Das heißt, Steam ist hier jetzt quasi so ein bisschen gezwungen, da auch was dagegen zu machen. Mal gucken, ob und wann sie das tun. Aktuell weiß ich von noch nichts. Aber ihr dürft mir, wenn ihr sowas wisst, gerne auch mal schreiben. Eine weitere Exploitsammlung hat sich ergeben bei den Samsung präinstallierten Apps. Und hier ein weiteres Mal das Beispiel, warum mehr Apps zu mehr Schwachstellen führen. Je weniger komische Apps ihr habt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ihr gehackt werdet. In dem Fall sind vorinstallierte Apps, von denen Samsung wirklich viele hat, leider ein großes Einfallstor gewesen. Um die Forscher hier zu zitieren, ein Angreifer hätte möglicherweise auf die Kontakte des Opfers zugreifen können, auf die Anrufe, auf SMS, MMS, beliebige Apps mit Administrator-Rechten sogar installieren können, die danach quasi alles machen können. Die muss man natürlich erstmal ausführen, aber grundsätzlich haben sie alle Rechte. Und man hätte lesen und schreiben können, bei beliebigen Dateien, im System sogar selbst. Das heißt, das System, also nicht irgendwie der normale Benutzer, sondern als hättet ihr euer Handy geroutet, so hättet ihr Schreib- und Leserechte als Angreifer gehabt. Speziell SMS und MMS ist natürlich ein riesiges Problem. Denn wenn ihr sowas könnt, dann dürft ihr natürlich auch sowas machen, wie zum Beispiel, zwei Faktor-Authentifikations-Apps abzufangen. Und das ist natürlich ein ziemlich großes No-Go, aber generell ist alles, was da vorgestellt wurde, eine richtig große Problematik. Was ihr dagegen machen könnt, ist jetzt erstmal zu patchen, denn Patches sind draußen. Die muss man allerdings upgraden. Also man muss die Firmware quasi sogar upgraden, steht dabei. Und was man natürlich langfristig machen könnte, vielleicht wäre, diese ganzen Apps auch optional zu machen, so als Hersteller. Oder ihr holt euch einfach ganz normale Stock-Android oder sogar vielleicht eine Variante von Android, die nicht ganz so Android ist. Aber dazu komme ich in einem anderen Video. In den USA gab es nun einen ziemlich großen Leak, also Daten, die gestohlen wurden. Und zwar bei einem deutschen Autohersteller, nämlich VW. Beziehungsweise genauer gesagt, 97% der Daten kamen von Audi. Und nur 3% kamen von anderen Unterfirmen. Ich weiß nicht genau, ob nur von VW oder ob auch von Bugatti, Lamborghini etc. Aber das sind viele Daten gewesen. Nämlich 3,3 Millionen. Und diese 3,3 Millionen, ein Großteil davon hat jetzt das Problem, sie könnten ihre Identität gestohlen bekommen. Denn unter den Leaks waren auch solche Daten falsch vorhanden, wie Social Security Number und Tax Numbers, also quasi Steuerinformationen und Sozialversicherungsnummern. Und die, wie ihr wisst, sind in den USA ziemlich weit verbreitet, dass man sich damit identifiziert. Das heißt, wenn ihr das habt, könnt ihr zum Beispiel weitere Daten bekommen. Zum Beispiel von eurer, was auch immer, Versicherung und so weiter und so fort. Ja, damit kann man viel anstellen und das könnte ziemlich teuer werden für VW und Audi. Denn, ähm, naja, nur ein einfaches Leak zu haben, ist erstmal nicht so teuer, sondern das, was daraus resultiert. Denn jeder, der davon irgendwie betroffen wurde und dann wirklich Schaden davon hat, könnte jetzt VW und Audi hier verklagen. Und ihr wisst, in Amerika ist Klagen ein bisschen einfacher als in Deutschland häufiger mal. Und da kann echt was passieren. Dass auch sehr große Unternehmen betroffen sind, habe ich euch gerade gezeigt. Und ihr schreibt mir relativ häufig, ey, Mensch, wenn ich Apple nutze, dann bin ich ja sicher. Wenn ich ein iPhone habe, dann kann mir ja nichts passieren. Und ja, jetzt muss ich euch enttäuschen, ähm, denn im Juni wurde tatsächlich die neunte Zero-Day-Schwachstelle dieses Jahr gefixt. Also, zum Glück gefixt, aber trotzdem müsst ihr bitte updaten. Was das bedeutet ist im Endeffekt, neun Schwachstellen, die davor möglicherweise, und Apple vermutet, dass es so war, aktiv ausgenutzt wurden. Das heißt, Hacker haben aktiv diese Schwachstellen tatsächlich genutzt, um in eure Geräte einzubrechen. Ähm, darunter waren sehr verschiedene Schwachstellen. Teilweise welche, die die File-Quarantine umgangen haben, also die Datei-Quarantäne sozusagen, wo Dateien abgeschirmt werden. Teilweise auch welche, die die, ähm, Benachrichtigungssysteme umgangen haben und den Gatekeeper. Und teilweise auch welche, die, ähm, einfach dazu geführt haben, dass beliebiger Code ausgeführt werden konnte, die berühmte Remote-Code-Execution-Wulnerability, also dass jeder Code ausgeführt werden konnte, allein, wenn ihr einfach mit eurem Browser eine Website aufgerufen habt. Also, quasi das, was bei Google Chrome auch so war. Ja, also ihr seht, es sind ähnliche Schwachstellen. Es sind Schwachstellen da. Kein Unternehmen, keine Website, kein Produkt ist wirklich perfekt sicher. Es gibt meistens irgendwas, was man da tun kann, außer wenn es einfach nur wirklich das Simpelste vom Einfachen ist. Und das ist halt bei so einem Betriebssystem einfach nicht der Fall. Das ist viel zu groß, als dass man da keine Fehler machen könnte als Mensch. Ein weiterer Bug und in dem Fall auch eine mehr oder weniger Schwachstelle eigentlich betrifft Instagram. Instagram ist etwas, was das viele von euch benutzen. Aber manche haben ihr Profile auch auf Privat gesetzt. Also Private Profiles, die kennt ihr vielleicht. Und diese Profile, die kann man nur sehen, wenn man demjenigen folgt. Also wirklich aktiv folgt. Und meistens muss man das dann auch noch bestätigen, dass man demjenigen folgt oder dass derjenige gefolgt werden möchte von dieser Person. Das ist natürlich mega sinnvoll. Stellt euch vor, ihr habt eine Familien oder einen Familien-Instagram-Account, wo ihr quasi private Bilder teilt. Also mal ganz abgesehen davon, dass ich es nicht machen würde, weil man sie immer noch auf Instagram hochlädt. Aber sagen wir mal, ihr ladet da eure Kinderbilder hoch. Dann möchte man die nicht für alle irgendwie zur Verfügung stellen, sondern eben nur vielleicht für die Familie. Das ist eine gute Sache in dem Sinne und wurde nun leider, leider, leider durch einen Bug umgangen. Das heißt, es gab einen Bug in Instagram, dass man eben auf private Profile zugreifen konnte, alle Bilder sehen konnte, ohne dass man diesem Profil wirklich aktiv folgt und ohne dass irgendwer was hätte bestätigen müssen. Das bedeutet jetzt aber im Umkehrschluss auch, dass möglicherweise sehr, sehr viele private Bilder, auch von Kindern und so weiter, eventuell, ja, gesehen werden konnten, von wem auch immer wollte. Man weiß nicht genau, wie lange der Bug bekannt war. Vermutlich schon eine ganze Weile. Und er wurde wahrscheinlich aktiv ausgenutzt, was mich persönlich ein bisschen traurig macht. Aber ja. Und was wäre eine Folge Monats-IT-Trends, wenn es nicht das obligatorische Corona-Testzentrum gäbe, das von einem Leak betroffen ist? Genauer gesagt betrifft das hier das Corona-Testzentrum im Kreis Vorschheim und das gemeinsame Zentrum der Stadt Erlangen und des Kreises Erlangen-Hüchstadt. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Falls nicht, tut es mir leid. Betroffen sind ca. 1600 Leute. Und bitte, was soll ich sagen, ne? Die Schwachstelle waren falsche Freigabe-Einstellungen in Google-Dokumenten. Ja, mehr muss ich dazu eigentlich nicht sagen, oder? Tatsächlich besonderer ist die nächste Meldung. Und zwar geht es um altes Internet. Wer von euch kennt noch GPRS? Das ist das 2G-Internet, das man früher häufiger mal verwendet wurde. Und auch dort kamen schon Verschlüsselungen zum Einsatz. Denn, naja, man braucht das halt gegen Hacker. Ansonsten kann man sich da quasi einfach zwischenschalten und alles ändern, alles mitlesen. Das ist nicht gut. Deswegen gibt es eben dort auch Verschlüsselungen namens GEA1, beziehungsweise der Nachfolger heißt GEA2. Und laut der Ruhr-Universität Bochum ist beides davon angreifbar. Das heißt, es gibt für beides sozusagen eine Hintertüre, um dieses Protokoll quasi zu entschlüsseln. Scheinbar mit Absicht eingebaut. Wegen Exportkontrollen und weil man eben das mobile Internet von Anfang an überwachen wollte. Das heißt, dass dort keine kriminellen Geschäfte, wie es so schön immer heißt, gemacht werden. Ja, ist schwierig, das ganze Thema. Die ganzen Hersteller, also die Hersteller von den Handys, fangen jetzt gerade damit an, das Ganze auszubauen. Denn es gibt immer noch Leute, die dieses GPRS-Internet benutzen, beziehungsweise benutzen müssen, falls vielleicht nichts anderes verfügbar ist. Und das sind, also ich glaube, ich hatte das neulich auch mal auf meinem Handy, irgendwie, als ich ganz, ganz weit entfernt rumgefahren bin. Denn das ist immer noch ungefähr ein Prozent des ganzen Internet-Traffics. Das ist wirklich viel, wenn ihr mich fragt. Und deswegen haben jetzt eben die Hersteller gesagt, dass man das Ganze ausbauen möchte, dass man die Verschlüsselungsalgorithmen rausschmeißen möchte und eben auf neuere setzen möchte. Also ganz allen voran Samsung, OnePlus und Apple. Was ich ganz gut finde, sollte eigentlich Standard sein, dass man das dann behebt. Aber ich glaube, für die alten Modelle wird es da keine Fixes mehr geben. Also wenn ihr ein ganz altes Handy-Modell habt, ja, was wollt ihr machen? Braucht ihr ein neues? Ups. Als nächstes kommen wir zum Big Brother Award. Und den hat die Digital-Courage Doctolip verliehen. Doctolip ist eine Software, die im Endeffekt für eine leichte Terminvereinbarung bei eurem Lieblingsarzt verfügbar sein soll. Das heißt, ihr könnt dort einfach einen Termin machen bei eurem Hausarzt, Zahnarzt, Psychologe, whatever. Ja, und das sind ziemlich sensible Daten, die man da speichert. Also zum Beispiel voller Name, teilweise sogar die Anschrift und natürlich den Termin bei dem Arzt, den ihr da euch ausgesucht habt. Also das wird alles gespeichert und zwar komplett im Klartext. Ja, ich habe das Vergnügen, den Big Brother Award 2021 in der Kategorie Gesundheit zu verleihen und zwar nicht an die Fantastischen Vier, sondern an die Firma Doctolip in Berlin und zwar für ihr Termin Vermittlungsportal für Ärzte. Denn wenn ein Arzt Dr. Lipp für seine Praxis in Anspruch nehmen möchte, erscheint ein Mitarbeiter des Unternehmens und bietet zunächst einmal um Zugriff auf das gesamte System, das Arzt-Informationssystem und auf sämtliche Patientenstammdaten. Und damit nicht genug. Nach dem Import der Patientenliste ist ein regelmäßiger Datenabgleich der Termintabelle des Arztsystems mit dem Vermittlungssystem von Dr. Lipp notwendig. Laut Zeit Online, die da eine sehr intensive Recherche auch von einem Hacker informiert wurden, sind bis zu 150 Millionen Termine eigentlich öffentlich im Internet verfügbar gewesen. Das bedeutet, jeder hätte zumindest nach solchen Terminen suchen und sie auch finden können und dementsprechend vielleicht die Person damit erpressen können, weil zum Beispiel Psychologentermine ja immer noch ein kleines bisschen schwierig sind, wenn man sagt, ey, ich gehe zum Psychologen, dann kann das schon als Druckmittel eingesetzt werden, weil manche Arbeitgeber das irgendwie immer noch nicht gerne sehen. Ja, das größere Problem an der Sache ist nicht, dass sie es nicht haben oder dass sie diese Schwachstelle haben, sondern dass sie weder die Ärzte noch die Kunden informiert haben und auch tatsächlich das Ganze versucht haben, mehr oder weniger abzustreiten. Das heißt, sie haben gesagt, ey, da ist sowieso nichts rausgeflossen dabei, das kann gar nicht sein, das hätten wir mitbekommen, wenn 150 Millionen abgeflossen wären. Fakt ist aber, es wäre möglich gewesen und ja, sie meinen ja, mehr als 45 könnte es nicht gewesen sein, irgendwie sowas. Im Anschluss hat ZeitOnline noch eine eigene Recherche hinten dran gelegt und gezeigt, die Daten werden nicht nur einfach so öffentlich ins Internet gestellt, sondern man bekommt sogar direkt quasi den Kontakt zu Google. Also die Daten fließen teilweise auch an Google weiter. Nicht die Namen natürlich, nicht alle Dokumente oder Termine, sondern die IP-Adressen, welche aber auch personenbezogene Daten sind, auch wenn man tatsächlich sagt, man möchte keine Cookies haben. Deswegen der Big Brother Award von der Digital Courage. Ja, wir sehen, man sollte sich genau überlegen, welchen Anbieter man da eigentlich aussucht und vielleicht auch die Anbieter gelegentlich mal überprüfen lassen. Eine weitere Schwachstelle gab es in Microsoft Edge und zwar eine Cross-Site-Scripting-Schwachstelle. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, Cross-Site-Scripting-Schwachstellen sind doch eigentlich bei Webseiten. Wie kann das bei einem Browser sein? Nun, was im Endeffekt passiert, ist folgendes. Der Browser interpretiert natürlich das, was im Code der Webseite drinsteht und hier gab es scheinbar einen kleinen Bug in Edge, der dazu geführt hat, dass jeglicher Code, der vielleicht in einem YouTube-Kommentar etc. steht, Cross-Site-Scripting getriggert hat in Edge. Das bedeutet, man hätte JavaScript schreiben können und das bei jedem in den YouTube-Kommentaren zum Beispiel ausführen können. Warum das ein Problem ist, muss ich euch wahrscheinlich nicht erklären, ich tue es trotzdem, denn wenn man JavaScript ausführt, dann kann man zum Beispiel die Cookies von der Seite einfach nehmen und dann einen Angreifer schicken. Ich habe das mal auf meinem Hauptkanal relativ schön demonstriert. Mal gucken, ob ich das finde und ich dran denke, dann verlinke ich es euch in der Endkarte. Das Problem ist jetzt folgendes, in euren Cookies drin steht im Endeffekt euer Anmeldename, also quasi eure Anmeldedaten. Das heißt, wer die Cookies besitzt, der ist als ihr eingeloggt. Also, im Ganzen zusammengefasst, wenn man ein bösartiges YouTube-Kommentar schreiben kann, obwohl YouTube an sich diese Schwachstelle nicht hat wegen dem Bug in Edge, dann kann man dieses Cookie stehlen und sich als euch anmelden. Einfach nur durch ein einfaches YouTube-Kommentar von einem Angreifer. Das hat natürlich nicht nur auf YouTube funktioniert, sondern im Endeffekt auf jeder Seite und damit hätte man auch zum Beispiel über einen Facebook-Post, über einen Instagram-Profil-Dingens, also quasi hier diese Beschreibung von irgendwie einem Bild oder sogar über einen Twitter-Post vielleicht einen solchen Angriff durchführen können. Das ist natürlich hochgradig gefährlich, denn jeder, der das sieht, bei dem wird das automatisch dann bei Edge ausgelöst. Kleines Update, aber nur, wenn die automatische Übersetzung angeschalten ist. Ihr solltet definitiv euren Edge patchen. Anschließend möchte ich euch von einem Leak erzählen, der etwas besonders ist und zwar von 700 Millionen LinkedIn-Usern. Das hört sich erstmal brutal an, aber LinkedIn hat gemeint, sie haben eigentlich gar keine Schwachstelle und diese Leak-Daten, die tatsächlich echt sind, die kommen nicht von einem Hack oder von einem Data-Breach in dem Sinne, sondern die wurden gescript. Genau dasselbe hatten wir schon mal bei Facebook und da war es so, dass im Endeffekt nur Daten gesammelt wurden, die mehr oder weniger öffentlich waren. Bei Facebook war es noch ein kleines bisschen trickier. Bei LinkedIn ist es einfach wirklich die Daten, die da angegeben wurden, die sind im Endeffekt einfach gesammelt und in eine Datenbank gepackt worden. Das heißt, Name, Anstellung, vielleicht mehrere Anstellungen, dann die Adresse natürlich, falls vorhanden, die E-Mail-Adresse und so weiter und so fort. 700 Millionen User sind da dabei. Und naja, jetzt hört sich das erstmal bescheuert an, warum sollte mich das kümmern? Ich meine, die Daten sind so oder so öffentlich. Ja, aber die werden jetzt hier tatsächlich an Hacker oder Kriminelle zumindest verkauft und die benutzen halt diese Daten ein kleines bisschen anders, als es vielleicht der Fall war bisher. Das heißt, es ist viel einfacher geworden, jetzt diese E-Mail-Adressen auszunutzen. Es ist sozusagen, als hättet ihr eure E-Mail-Adresse in eine Ich-Will-Scam oder Spam-E-Mail eingetragen. Genauso eure Telefonnummer. Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, dass jetzt mehr oder weniger gute Spam oder auch schlechte Spam-Sachen kommen. Ähnlich wie es bei Facebook auch schon der Fall war, offen wegen euer Paket ist bald da. Klick hier, um es irgendwie zu verhindern oder sowas oder um es anzunehmen. Und das ist insofern ein Problem, weil es einfach die schiere Masse macht. Die Leute, also die Angreifer, wissen, dass ihr bei LinkedIn seid. Sie haben eure Handynummer, dann können sie zum Beispiel einfach so tun, als wären sie LinkedIn und sagen, hey, wir haben gerade einen verdächtigen Zugriff gehabt, logg dich hier ein, um dein LinkedIn-Profil zu bestätigen oder sowas. Und dann klickst du da drauf, loggst dich bei LinkedIn ein und schon haben sie deine Logindaten. Also solche Sachen sind natürlich dann nicht ganz nett und auch teilweise ein bisschen fies. Deswegen muss man da sehr, sehr vorsichtig damit sein, was in Zukunft da kommt. Nicht alles, was aussieht, als wäre es von LinkedIn, ist am Ende von LinkedIn. Ja, aber dazu kommt natürlich noch ein kleines bisschen mehr in Zukunft. Wie gesagt, ich habe hier viele Themen vor und das von Matthias eins davon. Und damit landen wir endlich sozusagen beim Hack der Woche. Der Hack der Woche diese Woche mit Western Digital NAS System, also Network Attached Storage. Das sind so kleine schwarze Geräte in diesem Fall, die per LAN an euren Router angeschlossen sind und die im Endeffekt nur dafür sorgen, dass Daten quasi im lokalen Netzwerk oder übers Internet erreichbar sind für euch natürlich mit Anmeldedaten. Und dass ihr zum Beispiel von euren Fernsehern, falls ihr mehrere habt, übers ganze Haus verteilt oder vielleicht sogar in der Uni oder irgendwo anders eben streamen könnt. Die Sachen, die ihr auf eurem NAS habt eben. Das ist super praktisch und mittlerweile haben viele Leute ein NAS. Ich kann gerne mal mehr Videos dazu machen. Falls ihr Interesse daran habt, schreibt mir das sehr, sehr gerne unten rein. Was nun allerdings passiert ist, Western Digital hat eine Schwachstelle in ihr NAS System eingebaut. Also im Endeffekt ein NAS System ist immerhin noch ein kleiner Computer. Meistens auf Linux Basis und in diesem Fall hatte dieser Computer eine Schwachstelle. Erstmal, das muss man zweigeteilt sehen, das ist jetzt schon von 2018 die erste Schwachstelle. Man konnte das NAS sozusagen dazu bringen, kleinere Denial-of-Service-Angriffe durchzuführen. Also man konnte das NAS nicht übernehmen, in dem Sinne, wie man zum Beispiel einen Kühlschrank übernehmen kann und dann Denial-of-Service-Angriff damit machen kann. Aber man konnte das NAS sozusagen dazu bringen, von sich aus ständig Requests an eine Website zu schicken. Das heißt, man musste sozusagen, wenn man eine Adresse von diesem NAS hatte, konnte man sagen, ey NAS, mach Denial-of-Service-Angriff dahin. So, das war quasi, als wären sie freiwillig Teil eines Bot-Netzes und das ging auch super leicht. Man konnte das in den Skript schreiben und dann hatte man sein Bot-Netz. Das war 2018. Seither sind viele Western Digital Live NAS-Systeme in diesem Bot-Netz drin und machen da regelmäßig halt mit. Jetzt, die aktuelle, neueste Schwachstelle beziehungsweise der Hack der Woche jetzt auch, ist es so, dass sehr, sehr viele WD-NAS-Nutzer, also Western Digital NAS-Nutzer, komplett alle Daten verloren haben. Das heißt, das komplette NAS wurde auf Factory Reset, also auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Und das war eine andere Schwachstelle, die, und jetzt passt auf, jetzt wird es ziemlich witzig, deswegen auch der Hack der Woche, die wahrscheinlich deswegen ausgelöst wurde, damit die NAS-Systeme nicht mehr Teil des Bot-Netzes sind. Das heißt, vermutlich war ein Opfer des Bot-Netzes von diesem NAS-System oder von diesen vielen NAS-Systemen, hat sich ein Opfer davon so weit in die Enge gedrängt gefühlt, dass sie jetzt alle NAS-Systeme, die davon betroffen waren, auf Werkseinstellungen zurückgesetzt haben, damit sie ihn nicht mehr angreifen. Das ist so eine Art Kleinkrieg im Internet über, naja, Kollateralschäden, wie eben zurückgesetzte Western Digital NAS-Systeme, denn diese NAS-Systeme, haben auch keine Daten mehr. Da ist alles weg. Da sind Filme weg, Bilder weg, alle Backups sind weg, es ist alles weg und das macht es halt hochgradig schlimm, also für mich, in meinen Augen, sowas darf auf gar keinen Fall für NAS sein. Western Digital selbst hat empfohlen, die NAS-Systeme komplett einfach vom Internet zu trennen, aber das macht für viele so ein NAS-System irgendwie hart überflüssig. Ich habe übrigens auch ein NAS-System und das ist tatsächlich nicht am Internet, also es ist nicht öffentlich verfügbar, sondern nur in meinem lokalen Netzwerk und darüber kann ich dann zum Beispiel einfach irgendwie meine Backups, also meine YouTube-Videos zum Beispiel, kann ich dann da auf dieses NAS schieben und dort sind die dann halt einfach und ich kann sie, wenn ich möchte, zum Beispiel auch am Fernseher Probe gucken und so weiter und so fort. Also das ist quasi mein Anwendungsfall. Von außerhalb muss ich nicht auf das NAS zugreifen, da weiß nicht, da brauche ich das irgendwie nicht, ich bin sowieso unterwegs, warum sollte ich das machen? Wenn ich irgendwas gucken will, dann lade ich es mir vorher aufs Handy. Ja, aber genau, das ist eine relativ üble Sache, wenn ihr dann noch mehr Informationen habt, also das ist jetzt die Vermutung, warum man das gemacht hat oder warum die NAS-Systeme zurückgesetzt wurden, wenn ihr dann noch andere Vermutungen habt, dann dürft ihr mir die gerne unten mal in die Beschreibung packen. Aber bleiben wir noch ein kleines bisschen beim Daten löschen in unseren Cyber War News, denn Israel wurde nun Opfer von einem vermeintlichen Ransomware-Angriff, zumindest wurde das versucht. Die Taktik ist allerdings ein kleines bisschen perfider und irgendwie auch ziemlich faszinierend und interessant. Und zwar, man tut so, also man vermutet hinten dran die iranische Regierung, aber das ist nicht bestätigt, okay, aber man vermutet das, man tut so, als wäre man eine Ransomware, also das bedeutet, man verschlüsselt alle Dateien, sodass niemand mehr darauf zugreifen kann und erpresst den Nutzer dann. Das, was im Endeffekt auch finanziell motivierte Cyberkriminelle tun und im Hintergrund, selbst wenn die Ransomware nicht erfolgreich ist, das ist denen völlig egal, im Hintergrund baut sich eine Shell auf und diese Shell, also das ist quasi ein Remote-Zugriff auf diesen Rechner, die erlaubt sozusagen den Geheimdienstbehörden, dort dann eben bei den Governments, also bei den Regierungen, dann Code auszuführen, wenn sie wollen. Also sozusagen wie eine Hintertüre, wie ein Trojaner. Aber man tut im Endeffekt erstmal so, als wäre man eine Ransomware, damit man denkt, wenn wir die Ransomware beseitigt haben, sind wir das Ding los. Und das ist irgendwie so eine perfide Ablenkungsstrategie, um davon abzulenken, dass sie State-Sponsored sind, also quasi staatliche Hacker sind und nicht einfach nur irgendwelche auf Geld ausgelegten Hacker-Gruppen. Fand ich irgendwie interessant und das wollte ich auf jeden Fall mit euch teilen, wie weit mittlerweile da gegangen wird. So, wer darf bei unseren Cyber-War-News niemals fehlen? Richtig geraten, China. China hat mal wieder einige Angriffe gefahren und hier möchte ich sie euch kurz vorstellen. Also zumindest die, die mir bekannt sind. Ich kriege leider natürlich auch nicht alle News. Ich meine, so ein Cyber-War, der ist unter dem Radar meistens und ich kann euch nur das vorstellen, was auch irgendwie öffentlich wird. Also wenn ihr News dazu habt, dann schickt mir die immer gerne, egal wo. Die kommen schon an. Ich lese meine Nachrichten immer, auch wenn ich sie nicht immer beantworte. Dazu sind es leider zu viele. Okay, also was ist passiert? Pulse Secure VPN, das ist tatsächlich der, den wir auch in der Uni benutzt haben, hatte vor kurzem eine Lücke, die öffentlich gemacht wurde und ja, wie das halt so mit Lücken ist, nicht jeder patcht seine Systeme und kriegt das irgendwie mit und dementsprechend hat die, naja, vermutlich staatlich geförderte Hacking-Gruppe hier aus China eben diese VPN-Netzwerke weiterhin attackiert. Das bedeutet, sie haben sich Zugriff verschafft auf verschiedenste Branchen und haben über diesen VPN-Netzwerk-Zugriff auf diese Firmen-Netzwerke zum Großteil bekommen und da sind alle möglichen Kategorien dabei. Wir sprechen ja natürlich von der Rüstungsindustrie, wir sprechen von Regierungsbereichen, wir sprechen von Telekommunikation, wir sprechen aber auch von Transportmitteln etc. Also wirklich sehr, sehr breit verteilt und zu einem massiven Teil ist das wirklich United States, aber ein kleiner Teil ist auch tatsächlich Europa, was mir ein gewisses ungutes Gefühl gibt, dass jetzt China irgendwie auf uns auch so langsam aufmerksam wird und wissen will, was genau wir eigentlich da so tun. Was heißt so langsam? Ich meine, das ist ja schon länger bekannt. Aber ja, das ist zumindest mal eine Aktion gewesen. Auch Russland ist immer wieder ein wichtiger Akteur in diesem Bereich Cyberwar. Und ja, jetzt in diesem Fall als Opfer. Das heißt, letztes Jahr, um genau zu sein. Letztes Jahr wurde nämlich Russland auch gehackt beziehungsweise die russischen Behörden wurden zum Großteil ausspioniert und jetzt hat sich herausgestellt, da war wahrscheinlich China dahinter. Also ebenfalls China. Und naja, da gab es scheinbar einen Austausch. Es gibt auch ein Gespräch, von dem ich gleich noch berichten werde, zwischen Putin und Biden, was Hacking angeht. Fand ich auch sehr interessant. Aber auch Russland und China mögen sich so nicht unbedingt immer beziehungsweise hätten ganz gerne mehr Informationen, was diese Sache da angeht. Es eskaliert gerade ein kleines bisschen, okay? Doch auch der südasiatische Raum war für China sehr interessant. Und auch hier gab es einen größeren Angriff. Und eine dieser Hackergruppen, da wurde jetzt quasi öffentlich, wie lange die chinesischen Hacker da tatsächlich an der Entwicklung dieser Schwachstelle saßen. Und haltet euch fest, das waren drei Jahre nur für diese Schwachstelle. Das ist schon ziemlich, ziemlich lang, wenn man sich das mal so überlegt. Also im Endeffekt, was passiert ist, es gab RTF-Dateien, die im Endeffekt über eine Phishing-Kampagne an südasiatische Behörden verschickt wurden. Wenn die sie geöffnet haben, hatten sie ein Virus. Also ganz klassisch eigentlich. Aber man muss natürlich da einige Sachen umgehen und man vertraut vielleicht RTF-Dateien, also Rich Text Format-Dateien, vertraut man vielleicht eher als jetzt eine Executable. Und deswegen ist sowas gar nicht mal so einfach, immer so anonym durchzukriegen. Und drei Jahre an so einer Entwicklung zu sitzen, das zeigt erst mal, wie viele staatliche Hacker da eigentlich am Werk sind, um das dann tatsächlich auch voranzubringen. Drei Jahre Entwicklungszeit dafür, dass vielleicht ein einziger Patch ausreichen würde, um das komplett zunichtet zu machen. Und trotzdem schaffen die da so viel. Also ich meine, wir werden wahrscheinlich noch deutlich mehr nicht mitkriegen. Das muss man einfach so auch dazu sagen. Und um das Thema China abzuschließen, ist jetzt ein Bericht öffentlich geworden, dass China an neuen Mitteln für Lügendetektoren arbeitet. Das hat jetzt weniger was mit Hacking zu tun, ist aber auch ziemlich kritisch. Denn, wie wir wissen, China hat einen ziemlich starken Überwachungsstaat. Dazu bald wahrscheinlich mehr. Und im Endeffekt, diese Lügendetektoren, die sind natürlich nicht so, wie man sich das jetzt vielleicht aus schlechten Filmen vorstellt. Irgendwie so Spannungsmesser auf der Haut, das kennt man ja vielleicht noch. Aber die sind jetzt tatsächlich Kamerasysteme, die extreme Auflösung haben und sogar die Poren der Haut überwachen sollen, was sich da alles verändert. Die werden natürlich trainiert mit Lügt, Lügt nicht, Wahrheit, Nicht-Wahrheit und so weiter und so fort. Und wenn man einen groß genügend Datensatz hat, dann wird da natürlich Mimik, Gestik, aber wie gesagt, wirklich jede Körperreaktion wird da irgendwie verwendet, um dann eben vielleicht Lügner zu finden. Und das wird jetzt gerade getestet an der uigurischen Minderheit, die wir wissen, die gerade unterdrückt wird in China. Und vermutlich, so glauben zumindest Experten, wird das ganze Ding dann auch irgendwann mal breiter eingesetzt bei Befragung. Es wird nämlich schon in einigen Polizeistationen installiert. Das alles, ja sagen wir mal so, ist nicht so angenehm zu hören, denn manchmal hört man ja KOMSO Überwachungsgeschichten schon mal ganz gerne auch zu uns. Und wenn wir dann sowas bei uns haben, da habe ich definitiv keine Lust drauf. Ihr dürft mir gerne mal eure Meinung dazu schreiben. Ein weiterer wichtiger Threat-Actor im Bereich Cyberwar ist natürlich immer wieder Nordkorea. Die hacken meistens Südkorea oder irgendwas, was ihnen finanzielle Gewinne gibt. Und so wie es scheint, haben sie dieses Mal das südkoreanische Nuklear-Institut, lass das kurz auf der Zunge zergehen, das südkoreanische Nuklear-Institut übernommen, also kurzzeitig übernommen. Sie hatten dort auch eine Schwachstelle im VPN, ähnlich wie das mit Pulse Secure war, was wir vorhin gehört haben, aber es war scheinbar eine andere Schwachstelle, sind sie ins System eingedrungen und konnten einige Informationen abgreifen. Es ist allerdings nichts passiert, also es ist nichts irgendwie in die Luft geflogen oder sowas. Die Rechner irgendwie, die wichtig fürs System waren, die waren natürlich abgeschottet und in dem Sinne war es jetzt nicht ganz so dramatisch, wie es auf den ersten Trick scheint. Aber trotzdem, wir sehen, solche Ziele sind auch für staatliche Hacker kein Tabuthema mehr. Und das ist etwas, was nicht so ohne weiteres durchgehen sollte. Dass das auch für Nuklearwaffen möglich ist, zeigt der jüngste Hack von Revell. Revell ist tatsächlich ein Ransomware-as-Service-Gang, das heißt, die verkaufen mehr oder weniger ihre Leistungen, deswegen musste ich noch überlegen, ob ich das jetzt hier in den Cyberwar packe. Aber es handelt sich um Soul-Orients. Keine Ahnung, wie man das ausspricht, ich kannte die davor nicht. Das ist ein Vertragspartner von Nuklearwaffen in den USA. Und die wurden jetzt teilweise übernommen. Das hört sich mega bedrohlich an erstmal, ist aber zum Glück nicht wirklich was Wichtiges herausgekommen. Ein paar persönliche Informationen, einige Social Security Numbers wieder mal und einige Payments, Zahlungen, sozusagen Zahlungsinformationen, die da veröffentlicht wurden auf dem Blog von Revell. Aber jetzt nichts, was irgendwie wirklich gefährlich wäre. Trotzdem habe ich mich jetzt hier entschieden, das in den Cyberwar reinzupacken, denn Revell ist auch eine Gang sozusagen, die aus Russland aus operiert. Man weiß nicht sicher, ob sie staatlich gesponsert sind, aber man weiß zumindest, dass sie ziemlich gefährlich sind. Sie haben auch zum Beispiel schon die Ölpipeline da lahmgelegt und damals eigentlich gesagt, dass sie solche krassen Ziele vielleicht dann doch nicht mehr angreifen wollen. Kurz ist noch was reingekommen, gerade quasi als ich am Aufnehmen bin, ist was reingekommen und zwar auch von Revell, deswegen habe ich das jetzt hier reingepackt und zwar wurde ich hier über den Dienstleister Kaseya etwas übernommen, also sozusagen ein Supply Chain Attack. Man übernimmt Kaseya und alle, die Kaseya beliefert, können darüber übernommen werden. Das ist ein Supply Chain Attack. Man schätzt, dass es circa 1000 Opfer oder bis hin zu 1000 Opfern sein könnten. Amerika oder USA haben bestätigt, dass es sich hier um 200 Unternehmen bei ihnen alleine handelt, aber zum Beispiel auch das schwedische Unternehmen Coop ist davon betroffen gewesen und man weiß auch hier wieder nicht, wie die das eigentlich gemacht haben. Das ist momentan so die krasseste Gruppe, würde ich sagen, nach China natürlich, weil die einfach überall sind. Ja, die machen alles gerade und ich weiß nicht, ob das einfach nur eine riesige Gruppe ist oder ob die einfach unglaubliche Genies sind, aber leider auf der falschen Seite. Ein bisschen schade. Man schätzt auch, dass in Deutschland einige Unternehmen davon betroffen sind. Wenn ihr bei einem Unternehmen arbeitet, dann schaut da gerne mal nach, ob ihr den Dienstleister KC ja auch als Vertragspartner habt. Falls ja, ups, da könnte was passiert sein. Und genau wegen solchen Cyberwar-Angriffen haben sich jetzt Putin und Biden getroffen und abgemacht, dass es einige Bereiche gibt, die man nicht hacken sollte. Also quasi kritische Bereiche, die nicht gehackt werden sollen. Die Liste seht ihr jetzt gerade hier vorbeirasen. Ja, das Coole dabei ist natürlich, wenn man sich darauf einigt und das auch wirklich von beiden Seiten eingehalten wird, dann hat man mehr oder weniger zumindest die stabile Infrastruktur, die wirklich wichtig ist, dass es nicht aus Versehen zu Toten kommt, ja, soweit eigentlich abgedeckt. Das heißt, man möchte eigentlich keinen Krieg in dem Sinne fahren, sondern möchte einfach nur Informationen, was machen die anderen gerade. Ganz so friedlich, also es ist einigermaßen friedlich abgelaufen, sie haben es beide als gutes Gespräch, gute Diskussionen beschrieben. Ganz so friedlich war das dann aber trotzdem nicht, denn er hat auch, also das hat Biden zumindest später gesagt, er hat auch betont, dass sie gewisse Kapazitäten haben im Hacking-Bereich, im Cyber-Bereich, wie er es so schön gesagt hat. Und er weiß nicht genau, wie groß, also Biden hat gesagt, Putin weiß nicht genau, wie groß die Kapazitäten sind, aber er weiß, wenn diese Normen nochmal quasi überschritten werden, dann werden sie antworten. Und ich hoffe inständig, dass das nicht passiert, denn ihr merkt gerade, was hier immer fehlt, oder? In den Cyber-War-News werde ich, oder habe ich nie, oder fast nie, von Amerika, beziehungsweise USA, oder Deutschland, Europa geredet. Und was das heißt, ist im Endeffekt nicht, dass die nicht hacken, oder sowas, die ganz, ganz definitiv was anderes. Ich kann euch nur nicht sagen, was es da gibt, weil ich keine Berichte darüber finde. Das ist das große Problem. Die verhalten sich ziemlich unter dem Radar, aber, glaubt mir, die sind auch sehr aktiv. Das hat uns Edward Snowden spätestens gesagt. Ja, wenn ich da irgendwas finde, oder wenn ihr da in diesem Bereich was findet, dann schickt mir gerne die News vorbei, und, ja, ich danke euch schon mal dafür. Weiter geht's mit unseren Darknet-News. Ihr seht, ich hab heute wirklich quasi alles dabei. Und es gab eine relativ groß angelegte Razzia, wirklich weltweit. Das FBI war dabei, die australischen Behörden waren dabei, und Europol war auch involviert. Und was passiert ist, ist folgendes. Das ist ein sehr interessantes Ding gewesen, und zwar, bei einem Biertisch, so zumindest heiße, haben sie, ähm, eine Idee gehabt, in Australien. Und zwar, hey, lasst uns doch mal eine App programmieren, die so tut, als wäre sie genau für Kriminelle gedacht, aber in Wahrheit ist sie's doch nicht. Diese App hieß Anom, und, ähm, mit einer Null geschrieben, und hat im Endeffekt dazu geführt, dass, also man konnte auch nur über In-Wide-Links sozusagen mitmachen, wirklich sehr, sehr geheimniskrämerisch, und möglichst anonym, ich hab davor auch noch nichts von dieser App gehört gehabt, aber sie war offensichtlich nicht wirklich verschlüsselt, denn alle Nachrichten flossen direkt über die Polizei, und die Behörden natürlich. Und darüber wurden dann tatsächlich 28 Millionen Euro in Bar und in Gegenständen beschlagnahmt, mehrere Tonnen Drogen, über 100 Schusswaffen, über 200 Verdächtige wurden angeklagt, und es wurden tatsächlich über 20 Morde verhindert. Es wurden scheinbar auch groß über diese groß angelegte Abhöraktion, ähm, Sachen aufgedeckt worden sein, wie Kriegswaffenhandel, Waffenzubehör, Geldwäsche und noch mehr. Also alles in allem eine gigantische Aktion von den Behörden hier, und ich hätte das Ganze auch unter den Win der Woche packen können, aber ich dachte mir, Mensch, hier passt das irgendwie noch besser hin. Auch ist den Behörden, dem Department of Justice, um genau zu sein, in den USA ziemlich Großes gelungen, und zwar haben sie den Untergrundmarktplatz in Darknet Marketplace Slilp, ähm, geschlossen, indem sie die Leute natürlich dann auch verhaftet haben. Slilp war ein Marktplatz für gestohlene Logins, also wirklich nur darauf ausgelegt, und tatsächlich wird geschätzt, dass dieser Marktplatz über 200 Millionen US-Dollar allein in den USA an Umsatz gemacht hat. Tatsächlich wurden darüber 80 Millionen User-Daten zum Verkauf angeboten, und das bei über 1400 Unternehmenswebseiten, oder generell Webseiten. Ja, und das geschlossen zu haben, ist natürlich schon mal ein guter Punkt, allerdings ist es halt der Marketplace, die Leute, die die Sachen verkaufen, die gehen jetzt halt woanders hin. So, ähm, ja, es ist gut, dass man solche Marketplaces übernimmt, aber es wäre noch besser, wenn man halt, na, die Sachen direkt von vornherein verhindern könnte. Und, um die Darknet News abzuschließen, in Dresden wurde nun eine Frau angeklagt, die über das Darknet einen Auftragsmörder für ihren Ex-Freund engagiert hat. Ähm, sie hat dafür 0,2 Bitcoin bezahlt, das sind circa 6.000 Euro und, naja, das Ganze ist auffällig geworden bei einer Recherche von Spiegel-Journalisten und die haben dann auch tatsächlich die Ermittlungsbehörden eingeschaltet, so dass nun eben die Anklage stattfinden konnte und der Mensch dann auch geschützt werden konnte. Äh, alles in allem ein bisschen beunruhigend, wenn man sich überlegt, wie einfach das auch geht, aber, ja, dazu werden wir wahrscheinlich in Zukunft auch noch mehr bei mir auf dem Kanal machen. Und damit willkommen zu einer Kategorie, die ich jetzt extra hier eingefügt habe, weil ich heute so viel davon habe und zwar den Anonymous News. Ähm, und heute fangen wir erstmal an mit was ist eigentlich Anonymous? Nein, natürlich nicht, das wisst ihr wahrscheinlich meistens, aber Anonymous ist dezentral organisiert, das ist ein Hacking-Kollektiv und im Endeffekt auch ein Aktivisten-Kollektiv. Und in dem Fall hat Elon Musk getroffen, der ja in der jüngsten Vergangenheit mit seinen Tweets pro, contra, pro, contra Bitcoin oder Kryptowährung insgesamt, ähm, schon etwas Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und hier wurde er jetzt tatsächlich angeprangert, von wegen er sei ein reicher Narzisst, der mit seinen Krypto-Tweets und mit seinen Spielchen am Kryptomarkt tatsächlich Existenzen zerstört hat. Tesla has also made more money holding Bitcoin for a few months than they did in years of selling cars. Was ihr dazu meint, könnt ihr mir natürlich gerne in die Beschreibung, äh, in die Kommentare natürlich schreiben. Doch auch in Deutschland waren einige Leute aktiv, die sich zum Anonymous-Kollektiv zählen und haben CanFM übernommen, also die Website hinter CanFM. Der YouTube-Kanal wurde ja von ihm gesperrt, weil eben YouTube gemeint hat, seine Ansichten sind gefährlich und deswegen müsse er gesperrt werden. Ich werte hier nicht, ich zitiere das Ganze nur. Und Anonymous ist offensichtlich derselben Meinung gewesen, denn sie haben die Webseite übernommen und haben dann tatsächlich an jeden Einzelnen, sie haben geschrieben, Sekunde, 42.000 E-Mails versendet. Das ist ziemlich viel, aber, ähm, ja, 5.000 Adressen waren scheinbar nicht mehr gültig und über 280 Antworten haben sie auch erhalten. In der E-Mail heißt es im Endeffekt nur, ey, klär dich mal auf, ähm, das, was da passiert ist, ist, äh, oder das, was er verbreitet, ist nicht gut, so zumindest die E-Mail und man soll einen Podcast hören. Irgendwie sowas stand da drin. Ich verlinke euch das natürlich alles unten. Äh, als Antworten kamen verschiedenste Sachen zurück, aber, ja, im Endeffekt ging es eigentlich nur darum zu zeigen, dass die Webseite unsicher war, so wie mir das scheint und dass die Leute eben benachrichtigt werden. Was ihr von der Aktion haltet, das dürft ihr mir gerne mal sagen. Und, ja, wir machen natürlich noch weiter. Es gibt nämlich noch was zu den Anonymous News. Denn es ist nun auch den US-Behörden gelungen, einen Anonymous, ein Anonymous-Mitglied, ähm, zu fassen, beziehungsweise ausgeliefert zu bekommen, und zwar aus Mexiko. Der war, also Commander X war derjenige und der steht jetzt vor Gericht und war tatsächlich zehn Jahre lang auf der Flucht. Ihm drohen nun, und jetzt haltet euch fest, 17 Jahre Freiheitsstrafe, anschließende Überwachung und sechsstellige Geldbeträge an Schadensersatz. So, und jetzt überlegt ihr mal, wofür? Was, was würdet ihr schätzen, wofür ist das? Nun, tatsächlich, für einen Denial-of-Service-Angriff. Für einen Denial-of-Service-Angriff. Joa, ähm, das sind schon unglaubliche Zahlen und, ähm, seine Auslieferung wird übrigens auch von ihm selbst als illegal bezeichnet, denn er war eigentlich als IT-Flüchtling in, äh, Mexiko und hatte dort eigentlich auch Asyl bekommen. So viel Schaden, dass das gefordert werden kann, wird da eigentlich nicht passiert sein, aber ich nehme an, dass man ein abschreckendes Beispiel setzen möchte für alle, die sich irgendwie zu Anonymous zählen. Er war natürlich auch auf einigen Protestaktionen und er hat sich natürlich der Justiz entzogen durch seine Flucht, aber die Strafe ist schon echt heftig. Also, das wäre bei uns in Deutschland quasi lebenslänglich, bei guter Führung ungefähr. Und damit verlassen wir das direkte Feld des Hackings und wechseln zum Win der Woche. Und, ja, wir hatten mehrere Wochen, also darf ich mir mehrere Wins der Woche aussuchen, okay, ähm, und wir starten mit Have I Been Pawned. Denn Have I Been Pawned wird Open Source. Und das hört sich jetzt erstmal komplett Banane an, aber es ist alles Open Source. Die Datenbanken sind Open Source, die Code Basis ist Open Source. Das heißt, man kann alles damit machen, was man möchte, eben auch selbst hosten, selbst sich alles angucken, etc. Und jetzt würde man denken, aber warte, wie soll das funktionieren? Da, also bei Have I Been Pawned, da überprüft man ja, ob E-Mail-Adresse, Passwort, Telefonnummer, etc. in einem Datenleak veröffentlicht wurde. Und man bekommt quasi eine Notiz, was alles veröffentlicht wurde. Tja, tatsächlich ist das dank tollster kryptografischer Methoden, deren Fan ich übrigens immer noch bin, immer sein werde wahrscheinlich, ähm, ja, dank denen ist es möglich. Das heißt, man kriegt natürlich in diesen Datenbanken nicht die Telefonnummern der Opfer, ja, das wäre ja total bescheuert, sondern man kriegt einen Hashwert dieser Telefonnummern oder der E-Mail-Adressen, der Passwörter, etc. Das bedeutet, wenn ihr die euch runterladet, dann habt ihr keine Möglichkeit zu wissen, wer da alles dabei ist. Aber, wenn jemand hergeht und er gibt zum Beispiel seine Telefonnummer ein, dann wird der Hash daraus wieder erstellt und es wird abgeglichen mit der Datenbank. Dann gibt es den Hash der Telefonnummer irgendwo in meinem Datensatz. Und, naja, falls das halt der Fall ist, dann wird ausgegeben, ja, du wurdest geleakt. Falls das nicht der Fall ist, dann nein, natürlich nicht. Aber das Tolle ist jetzt, wenn wir den Hash haben, können wir die Telefonnummer nicht mehr daraus bekommen. Das geht mit mehreren Jahrhunderten Rechenaufwand, mehreren Jahrtausenden, je nachdem, was benutzt wurde, und ist somit quasi unmöglich. Und damit kann man quasi solche persönlichen Daten, personenbezogenen Daten, auch speichern und veröffentlichen, ohne dass irgendwas passiert ist. Das ist tatsächlich ein, ja, ein ziemliches Win, ähm, aber das ist tatsächlich schon länger so. Mittlerweile ist auch die Code-Basis von Have I Been Porned Open Source. Das heißt, man kann auch nachvollziehen, okay, wenn ich jetzt da meine Telefonnummer eingebe und die überprüfen das in ihrer Datenbank, dann ist das nicht schlimm. Dann speichern die sich nicht, nicht noch irgendwo meine Telefonnummer für irgendwelche bösartigen Zwecke, selbst wenn ich noch nicht gepornt wurde. Das heißt, man kann jetzt davon ausgehen, dass Have I Been Porned wirklich nicht böse ist, obwohl wir das eigentlich schon lange wussten. Ja, und dementsprechend mein Win einer Woche hier zumindest. Der nächste Win der Woche geht an El Salvador. Denn in El Salvador ist jetzt Bitcoin tatsächlich offizielles Zahlungsmittel. Also quasi wie bei uns der Euro. Denn, ähm, dafür haben 62 der 84 Abgeordneten gestimmt. Und das ist wahrscheinlich eine Erleichterung für die über 70% der Bevölkerung, die kein Bankkonto besitzen in El Salvador. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie soll das funktionieren? Denn, ja, jeder Laden müsste jetzt eigentlich Bitcoin akzeptieren und tatsächlich müsste auch der Wechselkurs permanent eigentlich vorhanden sein. Das heißt, ihr müsst in El Salvador die Möglichkeit haben, vom Staat quasi umzutauschen, vom Einzahlungsmittel in Bitcoin und vom Bitcoin wieder in das andere Zahlungsmittel zurück. Und, ja, das geht jetzt tatsächlich. Also, man kann das dort machen. Ähm, die Problematik bleibt natürlich bestehen, dass Bitcoin an sich erstmal sehr, sehr langsam ist. Das heißt, man muss ja 60 Minuten warten, wenn man eine Zahlung überwiesen hat, bis das Geld auch dann safe auf der Blockchain ist und natürlich die immens hohen Transaktionsgebühren. Das heißt, in der Praxis wird sich zeigen, ob sie das Lightning-Netzwerk nehmen oder was genau da eigentlich passiert oder ob vielleicht noch andere Kryptowährungen dazukommen. Aber, ja, es ist zumindest mal ein Fortschritt. Vor allem wirtschaftlich stellt man sich vor, dass man mehr im Blockchain-Bereich machen möchte und natürlich, das kann man schon so machen. Also, ich meine, da gibt es noch viel, was erforscht werden möchte und was man natürlich noch da dran an Software bauen möchte. Doch, ihr wisst, wie das ist. Nach dem Win der Woche kommt natürlich der Fail der Woche und hier fangen wir mit was eher Witzigem an. Ich habe überlegt, ob ich es zum Lacher der Woche machen soll. Aber, ja, tatsächlich hat die Polizei in Birmingham eine, naja, eine Hausdurchsuchung gemacht, weil ein gewisses Haus sehr, sehr viel Strom verbraucht hat und man eine Grasplantage dort vermutet hat, also Cannabis-Plantage vermutet hat und, ähm, der Strom illegal abgezweigt wurde. Tatsächlich war es keine Grasplantage, sondern eine Bitcoin-Mining-Farm. Da waren ungefähr 100 Rechner angeschlossen, die halt kontinuierlich Bitcoin gefarmt haben und, äh, ja, damit eben so einen richtig großen, ähm, Stromverbrauch auch hatten, denn Bitcoin braucht, wenn man es meint, enorm viel Strom. Ist ja klar. Die Leute wurden jetzt noch nicht festgenommen, aber wahrscheinlich droht ihnen eine Anklage, weil sie halt den Strom nicht selber bezahlen wollten, sondern halt wo abgezweigt haben, wo man es eigentlich nicht hätte machen dürfen. Das heißt, alles in allem, ähm, Binding an sich nicht illegal, Strom klauen eigentlich schon. Ja, ähm, irgendwie witzig. Was nicht ganz so witzig ist, ist das, was TikTok angestellt hat. Denn sie haben jetzt gesagt, nach geltendem US-amerikanischen Recht werden wir in Zukunft, ähm, biometrische Daten sammeln. Also sowas wie Fingerabdrücke und Gesichtserkennung. Und das ist natürlich ein ziemlich großes Problem. Denn, ähm, ja, das möchte man eigentlich nicht haben. Dazu komme ich aber gleich, warum. Ähm, eigentlich ist in einigen Staaten auch das Sammeln von solchen biometrischen Daten verboten. Aber in anderen ist es wiederum erlaubt. Was bedeutet, natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Fingerabdruck für mein Handy habe, zum Freigeben, dann ist das alles andere als sicher. Dann kann quasi einfach jemand mein Handy klauen. Wenn er meinen Fingerabdruck hat, kann er den einfach simulieren und dann ist er schon drin. Doof gelaufen. Was aber noch viel schlimmer ist, wenn ihr euch mal überlegt, was ich vorhin im Cyberwar gesagt habe, dass gerade an der uigurischen Minderheit getestet wird, dass man eben mit Kameras, Gesichtsausdrücke und teilweise sogar die Porn für Lügendetektoren einsetzt, dann könnt ihr euch vorstellen, was man mit TikTok machen möchte. Man möchte entweder die Daten verwenden, um als Trainingsdaten zu verwenden, oder man geht tatsächlich her und wendet Algorithmen darauf an. Das wäre sozusagen der nächste Schritt, denn TikTok ist immer noch eine chinesische Firma beziehungsweise einer chinesischen Firma unterstellt, nämlich ByteDance. Und ja, da möchte man sich dann doch zweimal überlegen, ob man diese Software nutzen möchte. Ich persönlich bin nicht bei TikTok. Wie es bei euch aussieht, das dürft ihr mir gerne mal schreiben. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Vielleicht machen wir dazu auch eine kleine Umfrage. Ich habe mich gerade spontan dazu entschlossen, dass wir die Umfrage bei mir auf Twitter machen. Was passiert, wenn ihr einen Namensfetter habt, der vielleicht nicht so ein angenehmer Zeitgenosse war? So ging es zumindest dem Herrn Risto Georgiev. Ich habe das hundertprozentig falsch ausgesprochen, aber er hatte einen Namensfetter, also er selber ist Ingenieur aus der Schweiz und er hatte einen Namensfetter, der leider Vergewaltiger und Serienmörder war. Und wenn man bei Google nach einem Namen sucht, dann gibt es ja immer dieses kleine Ey, das ist doch der bei Wikipedia und da gab es leider halt einen Wikipedia-Artikel zu dem Serienmörder. Das heißt, hat man nun nach dem Ingenieur gesucht, hat man sofort den Serienmörder quasi angezeigt bekommen, allerdings mit dem Profilbild des Ingenieurs. Und das ist quasi eine Rufmordkampagne der anderen Art, aber kann natürlich immer mal wieder passieren, sowas. Es ist nur wichtig, dass man natürlich auch darauf aufmerksam macht, dass das ein Fehler war. Ist natürlich mittlerweile beobenen. Es gibt allerdings immer noch einen kleinen Blog-Eintrag bei dem Herrn Georgiev selbst, der das natürlich richtig stellt, weil das das mal vorkommen konnte bei Google und dass das natürlich Quatsch ist und ein Fehler im System war. Solche Sachen passieren halt, wenn man einfach Algorithmen Sachen automatisch auswerten lässt. Ja, ist trotzdem kritisch. Mal gucken, was bei euch rauskommt. Googelt mal euren Namen. Ich bin gespannt. Und damit kommen wir zum Aufreger der Woche. Einer Geschichte, die ich euch hier jetzt erstmal erzählen möchte von Zach Weiner. Und zwar, das ist ein Kandidat für den New York Council. Müsst ihr nicht kennen, aber die Geschichte ist trotzdem sehr, sehr interessant. Und zwar hat er, ja, von ihm wurde ein Video geleakt. Und zwar auf OnlyFans und auf Twitter. Und zwar, wie er bei einer BDSM-Dame zu Gast ist. Ihr könnt euch vorstellen, was auf diesem Video drauf ist. Ich werde das jetzt hier safe nicht zeigen, weil das ist definitiv nicht in Ordnung. Aber, er hat darauf so unfassbar gut reagiert. Das möchte ich euch hier einblenden. Und das ist die eigentliche Geschichte. Er hat gemeint, ups, er wollte eigentlich nicht, dass es jemand sieht. Es war eine Freizeitaktivität, aber er ist in einer Welt aufgewachsen, wo Leaks quasi an der Tagesordnung sind. Und zwar eigentlich nur eine Zeit, eine Frage der Zeit, bis es ihn auch trifft. Und im Endeffekt, ja, man soll sich, man soll sich nicht dran beinbrechen. Es war halt quasi für ihn eine rekreative Tätigkeit und es ist eigentlich eine private Angelegenheit, die niemandem was anzugehen hat. Aber wer sich es angucken möchte, der soll halt sozusagen. Also, das ist tatsächlich die geilste Art, auf sowas zu reagieren, die ich jemals gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ihr dürft mir gerne mal schreiben, ob ihr mal auf sowas reagieren musstet und wie ihr reagieren würdet, wenn so ein Video von euch geleakt werden würde. Aber ja, hier sehen wir, jeder hat eigentlich was zu verbergen und sei es nur wir selbst. Denn es ist halt einfach ein privater Bereich und naja, man möchte nicht unbedingt, dass man, keine Ahnung, bei solchen Aktivitäten gefilmt wird und dass das dann ins Internet gelangt. Der nächste Aufreger der Woche ist leider nicht ganz so ein schönes Beispiel, denn es handelt sich um die Abschaltung von Double VPN. Double VPN war ein Anbieter von VPN-Dienstleistungen, der besonderen Wert auf Anonymität gelegt hat. Das heißt, man hatte nicht nur eine VPN-Verbindung, sondern man hatte bis zu vier VPN-Verbindungen. Also könnt ihr euch das eigentlich sogar wie das Tor-Netzwerk vorstellen, nur eben mit VPNs von einem Betreiber. Und dem haben scheinbar so viele Cyber-Kriminelle vertraut, dass der mehr oder weniger Markt für diese Kriminellen war. Und ja, jetzt sind FBI und Europol hingegangen und haben den beschlagnahmt. Das heißt, die Server gibt es nicht mehr. Das war ein übrigens komplett legitimes Business und da hätten sich auch normale Leute dran registrieren können, die einfach nur Wert auf ihre Privatsphäre legen. Tatsächlich ist das nicht der erste VPN, der von den Ermittlungsbehörden abgeschaltet wird. Und irgendwie macht mir das Sorge. Warum werden manche VPNs abgeschaltet und andere laufen weiter? Denn im Endeffekt, der VPN-Betreiber hat ja hier nichts Illegales gemacht. Er hat nur seinen Dienst quasi an Kriminelle verkauft. Aber das kann man ja nicht wissen. Ich meine, Kriminelle gehen auch vielleicht zu Aldi und kaufen sich dort mal ein Sandwich oder sowas. Da muss man schon vorsichtig sein. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so in Ordnung ist. Aber ich kenne natürlich auch nicht alle Informationen. Falls ihr dann noch mehr habt, wie immer schickt sie mir gerne. Und damit herzlich willkommen zu den Politik-News. Heute geht es um Pornos. Anders kann man es leider nicht sagen. Denn es geht um die Seite X-Hamster, die ja schon häufiger in der Kritik stand. Dieses Mal steht sie in der Kritik nicht genug nachzuvollziehen, wie alt die Nutzer, also die Zuschauer auch wirklich sind. Denn scheinbar muss man nur auf den Button klicken und schon ist man drin. Wie üblich halt. Ja, das war schon immer so und wird wahrscheinlich auch noch eine Weile so bleiben. Aber eben, Jugendschützer wollen das nicht mehr haben. Die wollen, dass man wirklich beweisen muss, dass man 18 Jahre alt ist. Und wenn X-Hamster das nicht einführt, was sie nicht tun wollen, dann soll die Seite tatsächlich beim Hoster gesperrt werden. Das heißt, der Server soll abgeschalten werden. Also beim Serverbetreiber, so dass X-Hamster da quasi nichts mehr machen kann. Und das halte ich schon für ein ziemliches Problem. Und zwar aus gleich zwei Gründen. Erstens mal Altersverifikation. Wie sollte man wirklich prüfen, ob derjenige, der zuschaut, wirklich 18 Jahre alt ist? Nun, das geht nur über einen verpflichtenden Account, mit dem man sich dann dort registriert und wo man dann ein Post-Ident-Verfahren durchführt. Das heißt, bei einem potenziellen Leak durch irgendwelche Cyberkriminellen auf X-Hamster, also irgendeine Schwachstelle ausnutzen, Daten auslesen, würde man wirklich auf den Namen konkret rausfinden, welche Pornos eine Person geguckt hat. Das wollen wahrscheinlich die wenigsten Zuschauer von solchen Seiten haben. Da dürft ihr mir gerne auch mal eure Meinung reinschreiben. Die zweite Möglichkeit oder der zweite Grund, warum ich das sehr, sehr kritisch finde, ist, dass es von vielen als Zwischenschritt gesehen wird, um wirkliche Zwangssperren im Netz irgendwie durchzubringen. Das heißt, dass man wirklich sagen kann, ey, diese Webseite ist nicht okay, also blockieren wir sie direkt beim Hoster. Ey, diese Webseite ist auch nicht okay, also blockieren wir sie beim Hoster. Und das würde natürlich zu einem stark zensierten Internet führen. Im Endeffekt wäre das eine Form der Zensur, denn die Leute, die wirklich 18 Jahre alt sind, die X-Hamster legal konsumieren dürfen, wie wahrscheinlich auch einige von meinen Zuschauern, die könnten dann auf das Angebot nicht mehr zugreifen. Und eigentlich ist es ja legaler Content. Ich meine, Pornos sind in Deutschland erlaubt, aber eben nur ab 18. Schwierige Geschichte, das Ganze, aber es geht leider, und das muss ich wirklich hier sagen, noch weiter mit der nächsten News in diesem Bereich. Denn im Endeffekt ist das Ganze Teil eines Jugendschutz- Medienstaatsvertragsreforms. Ja, da wird quasi diskutiert, wie kann man den Jugendschutz besser machen. Und Teil von dieser Reform soll scheinbar auch sein, und jetzt haltet euch bitte ganz arg fest, dass auf jedem Betriebssystem, das für den deutschen Markt bestimmt wird, also Windows, Android, iOS, Mac, macOS eben dann, Linux im Zweifelsfall auch, ein technisches Programm festgelegt werden muss, das quasi kontrolliert und anonymisiert sendet, wie alt der Nutzer ist. Das bedeutet, also, nochmal ganz kurz zusammengefasst, jeder Nutzer hat, wenn er ein Windows installiert, erstmal ein Alter unter 18 Jahren. Dann muss man einen Post-Ident-Antrag oder irgendwas anderes machen, damit man sein Alter nachweisen kann, gegenüber dem Betriebssystem, bekommt dann einen Code, den man sozusagen einlesen kann, und erst dann darf man auf Webseiten über 18 zugreifen, mit seinem eigenen Telefon oder mit seinem eigenen Windows-PC oder was auch immer. Stellt euch mal vor, was das für eine Zensur erstmal ist, das heißt, ich kann nur noch auf Webseiten zugreifen, die ab 18 sind, wenn ich meine persönliche Identität hinterlegt habe in meinem Windows-Rechner. Das ist absoluter Mist, das ist Quatsch und nicht praktikabel für zum einen denjenigen, der den PC betreibt, die Systeme selber und es ist mega die Spionage-Aktion, also das kann man eigentlich so nicht wirklich akzeptieren. Nur mal ganz kurz, es bringt auch überhaupt nichts, also nehmen wir mal an, jedes System hat genau diesen Nachweis und jede Porno-Webseite, die es da draußen gibt, achtet diesen Nachweis. Was ist mit den Angeboten, wie illegal runterladen? Dann werden die ja wieder größer, ja, das heißt, ich kann mir zum Beispiel einfach irgendein anonymes Betriebssystem installieren, kann mir dann auf den Porno-Webseiten dann die Sachen, also auf den illegalen Porno-Webseiten die Sachen runterladen und kann sie dann trotzdem konsumieren. Das heißt, diejenigen, die das Ganze wieder schützen soll, die können es immer noch umgehen und diejenigen, die es einfach auf regulärer Basis angucken wollen oder konsumieren wollen, ich meine, das bezieht sich ja dann auch auf Spiele oder sowas, die werden dann halt dazu gezwungen, ihre wahre Identität, ihr wahres Alter im System zu hinterlegen. Ja, ähm, ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr davon haltet, aber zum Glück ist es bisher nur ein Entwurf, das muss man ganz klar dazu sagen, aber wenn es soweit ist, dann nein, einfach nein. Doch es wird nicht nur Quatsch gemacht ähm, und das sieht man an dem jetzt beschlossenen Gesetz zur Update-Pflicht. Das ist eine wahre Neuerung, die wirklich sehr, sehr gut ist und die besagt folgendes, eure elektronischen Geräte, also Handys, äh, Uhren, Smartwatches, Tablets, Fitness-Tracker, all diese elektronischen Geräte müssen gepatcht werden, also quasi, weil IT-Security. Das ist schon ziemlich geil und eine wirkliche Neuerung, auch Apps sind davon betroffen und hier wird es jetzt ein kleines bisschen schwierig, denn zum Beispiel Open-Source-Apps, die sind nicht davon betroffen, was eigentlich was Gutes ist, weil man kann die Leute ja nicht verpflichten, die es ehrenamtlich programmieren, dass sie ständig Updates verfügbar machen, aber wie lange tatsächlich Sachen geupdatet werden sollen, das richtet sich, und ich zitiere, aufgrund der Art und des Zwecks. Das heißt, es ist nicht genau gesagt, ey, Smartphones, also wirklich, wenn man ein Handy kauft, dann muss es so und so lange geupdatet werden, das steht da nicht drin. Da steht einfach nur drin, aufgrund der Art und des Zwecks. Das heißt, es kann sein, dass die Regierung sagt, ey, ein Smartphone für 500 Euro, das muss nur ein Jahr aktuell gehalten werden oder es muss 10 Jahre aktuell gehalten werden. Das ist ein bisschen schwammig formuliert und ist natürlich auch eine gewisse Unsicherheit für die Hersteller. Auch bei Apps finde ich das gerade ein bisschen schwierig, denn es kann ja sein, dass ich zum Beispiel hergehe und eine App veröffentliche. Wie lange muss ich die jetzt patchen? Das ist nicht ganz so klar definiert, aber ich denke, es kommt darauf an, welche Daten tatsächlich auch gesammelt werden, denn das Gesetz ist im Endeffekt eine Neuerung und sieht Daten als Währung an. Das bedeutet, das gilt gleichermaßen, egal ob die App gratis ist oder ob die App wirklich viel kostet oder auch das Gerät viel kostet. Im Endeffekt geht es darum, an welche Daten könnte man durch eine IT-Sicherheitsschwachstelle rankommen. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Krankenkassen-App habe, dann muss die gepatcht werden, weil das super sensible Daten sind. Wenn ich vielleicht ein Open-Source-Spiel habe, wo man im Endeffekt nichts mitmachen kann und wo ich auch natürlich dank den ganzen Rechte-Systemen im Hintergrund selbst durch einen Hack nicht wirklich was erreichen würde, dann wird da wahrscheinlich keine Update-Pflicht irgendwie liegen. Und das ist eigentlich schon was, was man haben möchte. Also so ein nicht eindeutig alles muss 20 Jahre gepatcht werden, sondern Smartphone-Systeme, also wirklich das Betriebssystem, das muss sehr, sehr lange gepatcht werden, während vielleicht andere Sachen nicht mehr so lange gepatcht werden müssen. Doch auch bei der Hardware hat sich einiges getan. Und zwar hat Nvidia die neuen Grafikkarten rausgebracht. Endlich sozusagen, könnte man meinen. Denn die 3070 Ti und die 3080 Ti, die haben es schon drauf. Speziell möchte ich hier mal ganz kurz auf die 3080 Ti eingehen, also die Nvidia RTX 3080 Ti, so heißt sie mit vollem bürgerlichen Namen sozusagen, die tatsächlich von den Benchmarks teilweise ungefähr so gut ist, wie die 3090. Und das, obwohl sie einige hundert Euro günstiger ist. Das ist doch eigentlich für viele ein wahres Kaufargument, oder nicht? Also es ist quasi so ein bisschen das Zwischending zwischen der 3080 und der 3090, die es bislang gegeben hat. Die 3090 hat allerdings den entscheidenden Vorteil, dass sie mehr Speicher zur Verfügung hat. Und das ist eigentlich auch so ziemlich der größte Unterschied zwischen den beiden Karten, zumindest mal so auf den ersten Blick. Warum mehr Speicher, fragt ihr euch? Also warum würde man sich dann eine 3090 kaufen, wenn man eine 3080 Ti auch haben kann? Nun, mehr Speicher braucht man für manche Dinge. Zum Beispiel, wenn ihr Sachen modelliert, also 3D-Modellierung, oder wenn ihr rendert, oder aber auch, wenn ihr neuronale Netze macht. Und dafür habe ich mir zum Beispiel auch meinen Mehr Speicher gegönnt und ja, möchte eigentlich keine 3080 Ti haben, aber sie ist definitiv von der Leistung, gerade zum Zocken, wirklich verdammt gut. Doch wie ihr sehen könnt, es ist überhaupt nicht leicht und trivial, so einen Chip zu designen. Man muss überlegen, wo packe ich welche Leiter hin, wo packe ich welche Komponenten hin, wie packe ich das alles so zusammen, dass es vielleicht nicht unfassbar heiß wird und wie kann ich vielleicht auch noch Strom sparen dabei. All das machen Ingenieure quasi den ganzen Tag und brauchen dazu viele, viele Stunden. Und Google hat es sich jetzt zur Aufgabe gemacht, eine KI, so einen Chip entwickeln zu lassen. Um genau zu sein, einen speziellen Chip, einen speziellen KI-Chip. Eine sogenannte Tensor-Generation, eine TPU sozusagen. Also PU steht für Processing Unit, Tensor Processing Unit. Das ist ziemlich faszinierend und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Denn Google sagt, es ist eigentlich eine ähnliche Aufgabe zu überlegen, wo platziere ich meine Go-Steine, was mache ich mit meinen Schachfiguren, wo platziere ich meine Leiter. Und dementsprechend, wenn das wirklich so stimmt, dann kann man davon ausgehen, dass früher oder später eine KI besser ist im Design, als ein Mensch es jemals sein könnte. Denn KIs sind jetzt schon deutlich besser im Go-Spielen oder auch deutlich besser im Schachspielen, als wir Menschen es jemals sind, als die Weltmeister es jemals sind oder gewesen sind. Und das ist faszinierend. Aber auch ein kleines bisschen beängstigend, wenn man sich das mal so überlegt. Und damit könnte man dann natürlich wieder stärkere KIs bauen, die wiederum bessere Chips bauen. Und so könnte sich vielleicht Moors Law doch noch ein kleines bisschen wieder normalisieren. Also momentan stagniert es ja ein bisschen. Man geht davon aus, dass es vielleicht dadurch jetzt wieder größer werden könnte. Ich bleibe auf jeden Fall dran und bin gespannt, was sich da entwickelt. Damit war es das auch schon wieder mit unseren IT-Trends für dieses Mal. Natürlich gibt es allerdings noch einige News, die ich euch nicht habe zeigen können, weil es einfach viel zu viel ist dieses Mal. Und deswegen würde ich jetzt gerne eine kleine Premiere machen auf dem Kanal. Und zwar würde ich gerne ein bisschen mit euch streamen. Ich würde gerne die letzten übrigen News noch hier ein kleines bisschen mit euch bereden. Und zwar in einem Stream, den ihr in eurer Abo-Box, wenn ihr mich abonniert habt, sehen solltet. Ich glaube, da funktioniert das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr es über meinen Kanal auch findet. Aber da seht ihr dann quasi, wann ich streamen werde. Die genaue Uhrzeit weiß ich jetzt zum Zeitpunkt des Aufnehmens noch nicht. Kommt doch an, wie schnell ich das geschnitten kriege. Und wir hören uns dann wieder. Da können wir auch ein bisschen Q&A machen. Was kann man so tun und so. Und vielleicht wollt ihr auch noch ein oder zwei Sachen zu diesen Sachen hier fragen, die ich jetzt hier in diesem Video vorgestellt habe. Das könnt ihr natürlich da auch gerne machen. Mal gucken, wie lange das Ganze auch sein wird. Aber so einen groben Plan haben wir. Und wir hören uns dann spätestens. Bis dann. Ciao. Ciao.